Wir haben heute mit dem Kochkurs gemeinsam kochen gestartet, um die Sprache zu lernen. Und auch den Frauen die Möglichkeit gehen, rauszugehen, jemand anderen kennenzulernen und kochen, genau, gemeinsam essen. Ich fühle Paprika mit Hörse und Linse. Das ist fantastisch. Ab nächster Woche soll es auch ein bisschen ausgeweitet werden, also das heißt, es kommen auch ein paar einheimische Frauen. Die haben sich auch schon bereits angemeldet. Wir wünschen uns, also ich wünsche mir einfach so eine Gruppe zu haben, wo wir gemeinsam mit den deutschen Frauen und auch anderen Kulturen kennenlernen. So eine Insel für offenes Lernen, gemeinsames Lernen haben. Alles klar, alles gut. Zeit ist Geld. Dankeschön. In den letzten drei Wochen haben wir jetzt einiges geschafft, finde ich. Wir haben diese Kochgruppe, das ist ja heute der erste Tag. Wir haben den Mittwochshelferkreis, wo wir drei oder vier Patten mittlerweile haben, die uns unterstützen aus Elmbach. Wir haben ein organisiertes Spieltreffen, der startet am 10. Mai. Wir haben Yoga-Stunden. Die Frauen sind untereinander gut vernetzt. Wir haben die Anträge gestellt. Genau, es geht so vorwärts. Wir haben die Anträge gestellt. Ich bin so begeistert, weil es einfach so gut hier läuft. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten, auch mit Jobs, Angeboten und alles. Leute sind wirklich super hilfsbereit und offen.